Ja, das ist echt lustig, wie ich ihn nicht sehe. Jetzt geht es aber. Ja, was hat denn der für einen schnellen Angriff hier? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich renne da jetzt einfach weg. Weil der rennt mir hinterher. Der meint, er muss nochmal gegen mich kämpfen, ne? Aber wenn ich ihn einmal hitte, dann hat er wieder Panik. Äh, hallo? Wieso? Spiel! Was bin ich hier wieder, ne? Oh Gott, was bin ich hier wieder? Also dieses Spiel, das... Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das normal ist. Ich renne da jetzt einfach mal durch. Ich mach das jetzt einfach, dass ich es durchrenne. So, das Spiel hat es nicht verdient. Ich meine, ich fand es am Anfang noch toll. Aber wenn man so behindert Level-Designs macht, dann hat das Spiel echt... Das geht nicht. Ich wählte das Level-Design geht ja gar nicht. Ich meine, es gibt so... So viele Spiele. Von damals. Ähnliche. Die besseres... Besseres Design hatten. Das ist dieses Spiel. Warte. Und vor allen Dingen, dass man einfach mal nicht angreifen kann, weil man irgendwie feststeckt oder so. Und dann auch noch diese... ängstlichen Gegner, die meinen, die müssen angreifen und dann wieder direkt rennen. Das ist... Ja, das ist schwierig, diese Heim. Ja, genau. Auf jeden Fall. Nee, das ist nicht schön. Aber ich block doch nicht, du! Der portiert den Schlag! Hallo? Das kann doch nicht sein. Jetzt hat er das Gold nicht aufgenommen. Das ist so... Nee. Das ist einfach nicht. Ich finde... Nee. Kann ich nichts zu sagen. Sagt mich einfach ignorieren, Gegner. Ihr sagt mich... Ich... 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 Habe ich denn keine Hütte, ne? Jeder hat ihren Rund. Sama trifft doch und block nicht immer alles. Achso, der Gegner soll mich nicht treffen und ich soll ihn treffen und der Gegner soll nicht immer alles blocken. Das finde ich auch geil, dass man den Gegner dann einfach nie sieht. Aber ich denke auch, dass ich falsch gehe, oder nicht? Ich meine, es gibt durchaus bestimmt einen richtigen Weg, damit man da auch ankommt, aber... Der Weg hier... Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein richtiger Weg ist. Ich... Krieg's mich nicht. Ich... Ich... Krieg's mich nicht. Oh, ich überlade mich mit Gegnern. Aber die kotzen mich gar nicht an. Deswegen renne ich jetzt vor den... Einfach weg. Okay... Die hören ja auch irgendwo mal auf, mit mir zu folgen. Glaube ich. Ich... 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 Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, diesen steilen Weg da oder was doch da auch immer ist und es ist auch so eine Linie auf dem Boden, diese Linie hier zu folgen und keinen Gegner zu hitten, sondern einfach durchgehend wegzurennen. Wie viele Gegner auf dem Weg wären. Das war feierlich. Wahrscheinlich ist es auch der Trick, einfach wegzurennen. Und ich habe ihn erkannt. Da wird die Brücke. F9 bleiben einfach da am Tor hängen. So kann man das natürlich auch machen. Ey. Nein! Hier ist die Safe Zone. So kann ich das hier nicht placen. Wahrscheinlich, weil er schon aufgewertet ist, ne? Ich habe es voll vergessen. Boah, ey. So. Ach komm, ich nehme mich jetzt noch mit. Nee, die wollen nicht. Shit, hier ist ein Ausrufezeichen. Hier muss ich leider mal aufräumen. Nee, Ausrufezeichen ist doch nur ein Lebenkiss. Egal. Ich nehme sie an. Block nicht immer alles. So. Geht, da spielen wir auf die Eier. Man merkt es, man merkt es kaum, dass es mir auf die Eier geht, ne? Kaum. Oh, man hört das ja gar nicht. Also hier, bla, ähm. Ich mache mal okay. Man hört es gar nicht. Das ist ja echt, weil die Musik so mega laut ist. Tut mir leid, aber... Wir sollen jetzt hier reingehen. Aber ihr konntet es ja lang genug lesen. Das ist ja nicht... Ich komme auch kurz auf die Map. Ich bin nirgendwo. Gut. Hallo. Äh, kann ich da auch einfach durchgehen? Funktioniert noch nicht. Hallo? Man kann die Gegner auch noch stärker machen, ne? Vor allem diese blöde Fähigkeit, die er da auf dem Boden macht. Immer sehr nett. Nein! Ich werde dich in den Strims... ...dryen und sminken in meinen잔. Nein! Nein! Ach, jetzt kann man die Viecher auch... Achso, die greifen... Stimmt, die greifen ja mal den hier an. Stimmt ja. Da war ja was. Kann man die nicht eben auch mit... Ja, da hat man aber zu wenig Damage. Das macht zu wenig Damage. Boah, ey, ich bin super glücklich, dass jetzt die Uhr piept. Ich hätte jetzt... Ich versuch noch einmal. Man sehe, wie das Leben nicht schwindet. Jawohl, ich werde jetzt funktionieren, doch... wahrscheinlich probleme dann haben mit den heiltränken immer speichern so wir sehen uns dann beim nächsten wieder dann versuche ich